Ich bin jetzt seit über drei Jahren für euch auf YouTube aktiv, poste regelmäßig neue Filmkritiken und vieles mehr und während ich das gerne natürlich noch weitermachen werde, möchte ich auch andere Projekte in Angriff nehmen, beispielsweise den neuen DVD Forum AT Newsroom. In Zukunft werdet ihr mich einmal pro Woche gemeinsam mit den Kollegen von DVD Forum AT vor der Kamera sehen, wo ich euch unter anderem neueste und interessanteste News für Filme, Serien, Spiele, DVDs und Blu-rays präsentieren werde und wo es natürlich außerdem exklusive Gewinnspiele gibt. Aber, ich muss zugeben, für so eine Sendung gefällt mir mein alter Hintergrund dann ehrlich gesagt doch nicht mehr. Schauen wir mal, ob ich hier in diesem tollen Wundergerät frisch geklaut von Dr. Who irgendwelche anderen Hintergründe gespeichert habe. Nämlich, den nicht. Dieses Teil will heute einfach nicht. Ah, genau den nehmen wir. Vor diesem Hintergrund werde ich mich jetzt irgendwie einmal pro Woche zur Ruhe begeben, damit es auch für euch etwas angenehmer wird und werde euch mit News, Informationen und so weiter versorgen. Kurze Clips, Ausschnitte und Trailer zu den neuen Newsroom Sendungen, sowie auch gerne Blooper, Behind-the-Scenes-Informationen und anderes, das seht ihr dann weiter auf meinem Kanal. Wir sehen uns, ich freue mich drauf und möchte noch sagen, abonniert unbedingt den Kanal von DVD-Forum.at, weil dann verpasst ihr auf keinen Fall die neuesten Folgen vom Newsroom.